Juve? Juve! Ja, was? Alles gut bei euch? Ach so, ja. Ich versuch zu verstehen, warum's diese Saison einfach nicht läuft. Naja, ich kann dir dafür circa CR7-Gründe nennen. Aber auf dem Papier ist unser Kader doch top. Nicht so wie der von Verona zum Beispiel. Also wir sind mit unserem Kader zufrieden. Ist doch solide. Solide? Was heißt solide? Die Champions League. Werdet ihr damit nie gewinnen. Ach nein, sag bloß, Juve. Das ist auch nicht unser Anspruch. Solange's für euch reicht, ist alles gut. Pff, Versager. Ihr habt doch nur Gurken im Kader. Juve, mein Freund, Vorsicht. Dein aktuell bester Spieler hat letztes Jahr noch bei Schalke gespielt, also... Recht? Wer? Cristiano? Was? Nein. Außerdem spielt er doch gar nicht mehr bei euch. Doch, na klar. Hä? Bist du lost oder so? In meinen Gedanken hat Chris uns nie verlassen. Ah ja. Okay. Fakt ist, unser Kader ist top, eurer ist kacke. Ergo, bekommt ihr heute auf den Sack. Mhm. Oder Möglichkeit zwei. Wir gewinnen mit 2 zu 1. Boah, ihr habt Mumm, Verona. Das muss ich euch lassen. Na klar haben die Mumm. Die haben ja auch gewonnen. Aha, okay. Moment, was? 2 zu 1. Wie gesagt, für euch reicht der Kader. Scheiße. Aber, naja, die Saison ist ja noch jung. Ja, vielleicht holen wir das noch auf. Ja, ja. Macht euch nur lustig, Idioten.